Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier ist wieder der Daniel im Studio. Und hier den Sashi. Ja, und ich bin der Sashi, genau. Und wir haben heute den 26. Juli. Und am 26. Juli haben wir wieder ein prominentes Geburtstagskind. Und das prominente Geburtstagskind ist Jason Statham. Kennst du den? Ja, der macht mir ständig Konkurrenz, der Drecksack. Der macht dir Konkurrenz? In was denn? Ach so, in allem Möglichen. In allem Möglichen, okay. Ja, also der ist ja Transporter. Bist du Transporter? Auch, ja. Ich transportiere jeden Tag meine Kinder in den Kindergarten und holst du wieder ab. Ja, du bist ja auch ein Transporter, genau. Ja, gut, der macht das halt im Kampfsportbereich auch noch. Bist du Kampfsportler? Er artet manchmal ein bisschen aus, aber so extrem ist es jetzt noch nicht. Ja, nee, war nicht gut, okay. Also Jason Statham ist am 26. Juli 1967 geboren. Und hat ja diese Filme gemacht wie Bube, Dame, König, Gras. Kennst du? Weltklasse. Ja, Weltklasse. Das ist von Guy Ritchie, glaube ich. Snatch auch von Guy Ritchie. Madonna's Ex. Und dann, was hast du? Madonna's Ex, Guy Ritchie. Ach so, ja, ja, stimmt. Madonna's Ex ist der ja, genau. Und dann Italian Job hat er mitgemacht. Und Crank, ganz geil. Ja, genau. Crank 2, 3, 4, 5, 8 und Expendables 57 hat er auch alles mitgemacht. Ja, aber am 26. Juli ist noch etwas gewesen, nämlich hier, pass auf, erzähl du. Am 26. Juli, und zwar 1998, ist ein Bergmann gerettet worden, der über neun Tage verschüttet im Stolm. Neun Tage? Neun Tage, sagt man normalerweise. Nach fünf Tagen ist so eine Deadline, wo nichts mehr geht. Und er hat es geschafft, neun Tage sich am Leben zu halten und wurde gerettet. Wo war das? Das war in der Steiermark und in einem Hochgebirge eigentlich, ja. Also, richtig krasse Aktion. Das war am 26. Juli, in welchem Jahr? Das war 1998. 1998, ja. Neun Tage bist du verschüttet. Jo. Ich hätte nach acht schon keinen Bock mehr. Wie entsassst du das? Ja, am 26. Juli ist auch das Fest der Esperanto-Sprecher. Ach, du liebe... Kannst du Esperanto? Ne. Das ist übrigens die Esperanto-Flagge. Das ist die Weltsprache, ne? Ja. Esperanto ist, ja. Kannst du irgendwas in Esperanto? Mir hat mich ja noch keiner in der Sprache angebabbelt. Hätte mit Sicherheit auch leid getan, von daher... Ja, ne, Esperanto, also auf jeden Fall ist... 1887 war die Veröffentlichung des ersten Esperanto-Lehrbuchs. Ja, deswegen ist heute auch der Esperanto-Welttag. Wäre fest Esperanto-Sprecher-Tag. Was weiß denn ich irgendein Kram? Irgendwas mit Esperanto. Am 26. Juli ist noch was gewesen. Ja, und zwar 1978, da wurde in London das erste Kind aus der Retorte geboren. Also quasi außerhalb gezeugt und dann in die Mutter wieder eingepflanzt. Ach so, so ist das, genau. Also es wurde außerhalb, wurde zusammengeführt? Die Eizelle wurde außerhalb befruchtet mit dem Sperma des Mannes und wurde dann befruchtet wieder eingesetzt. Und dann hat der Arzt gesagt, die Spitze gelegt. Wieder eingesetzt. Ja. Irgendwas, genau. Macht man halt so. Ja. Ist ja klar. Ja, das war der 26. Juli. Am 26. Juli habt ihr sehr viel gelernt und kommt morgen wieder, morgens der 27. Juli. In der Zwischenzeit könnt ihr auch natürlich unseren Kanal liken und hier das Video abonnieren, äh, nicht abonnieren, sondern hier, das Video abonnieren und den Kanal, das Video liken so und den Kanal abonnieren. Manchmal ist man wie doof. Ich wollte schon eingreifen, aber naja, gut. Ja, genau. Ich sag, cheerio mit Sophie, bis morgen.